Wo sind die Buckets hin? Die sind in einer der Kisten. Ich meine in der ganzen Kiste. Oder in der oberen. Ah, da. Was können wir hier jetzt noch machen? Ich würde sagen, dann schmeißen wir das rein, dass wir immer erstmal reinschmeißen. Magie. Unbekannte Theorie, das ist immer cool. Das habe ich alles da drauf. Das ist nicht drin. Ist auch nicht drin. Das wird reichen. Vorsichtig stellen. Das ist nicht drin. Ah ja, das hatte ich ja gerade drauf. Stein. Stein. Nein, kein Stein. Hier gibt es von. Klochbier. Kein Klochbier. Hm. Noch mal so ein Teil. Tatsächlich noch mal so ein Teil. Oh ne, jetzt bin ich echt. Anfällt. Thermotik. Schildtheorie. Okay. Jetzt muss ich hier jetzt ernsthaft irgendwie was... Wo ist noch drauf? Ist das da echt drauf? Kann man mit der Beerenhand auch normal Blätter absammeln? Da gehen die aber immer kaputt. Die gehen kaputt. Musst ihr eine Schere machen? Jep. Ich glaube. Wenn ich es gerade richtig gelesen habe. Ich bin jetzt ein bisschen immer wieder am hin und her switchen. Und auch wenn viele Leute das bestimmt ankürzen, wird immer wieder nachgucken was für den Baukopf. Aber ich komme mir da nicht wirklich so drauf. Ich finde unsere Lina Box hier immer noch so cool. Ja. Ja. Die hat sich bestimmt... Hat sich mit Sicherheit nicht jeder gebaut. Ne. Wahrscheinlich keiner. Ne. Blaub ist es nicht drauf. Da habe ich mich irgendwie geguckt. Ist so weit so gut. Wie kann ich denn Gras mit Scheren abbauen? Ich kann wirklich Gras mit... Ich kann Gras mit einer Schere abbauen. Das ist ja mal cool. und sparen und Schuss, 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 schuss. Haben wir? Haben wir da jetzt? Unter. Ähm, pum 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 pum. Mach's klar. Thaumatic Shield Theory. Ah, sie wusste nicht. Ich wusste nicht. Ach, Thaumatic, das heißt, da ist bestimmt Eisen drin. Nö. Wunderfuck. Ist das drin? Essen ist nicht drin. Tod. Ich sollte hier erst wieder auf. Schau jetzt mal. Hier ist schon drin. Ich sollte das drauf tun, ist auch so. Nicht drauf. Nee, ist noch nicht drauf. Nee, nee, nee. Die kennst du auch nicht. Jetzt hab ich schon wieder nachgucken. Alter. So, drei, vier. Thaumatic. Shit. Viel. Ach nee, viel. What the fuck? Ist da viel drin? Oh. Gott. Okay. Rotation ist da drin. Das heißt. Rotation ist hier zum Beispiel drauf. Was ist denn hier noch? Notation drauf. Ja, ich weiß zumindest wo Wasser drauf ist. Wasser wird wohl relativ leicht zu finden sein. Nee. Ist wirklich gar nicht mal so einfach. Water Shards? Ja, aber die Shards braucht man. Problem ist. Man kann sich die ganze Zeit dafür benutzen. Man muss halt, äh. Ressourcen nochmal nachbauen kannst. Wie zum Beispiel dieses komische, coole Zeug hier oben. Den Bambus. Ne. Weil es eigentlich kein Bambus ist. Bambus. Da ist Wasser drauf. So. 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 Ich hab Magie. Ich hab das. Ich brauch Sollum. Das ist auf der Erde drauf. Ah nee, den brauch ich. Sollum. Sollum. Gollum. Gollum. Ach du Scheiße, guck mal wie viel das sind. Alter. So. Das ist echt ein Kotzen rein. Gut. Ich brauche Feuer. Feuer. Feuer ist. Sollte du mal irgendwas mit Feuer hier oder nicht? Ich brauch echt das Teil. Feuer. Oh Gott sei Dank. Das hat sogar gereicht. Feuer. 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 Schweißbewerbsteuer. So. So. Jetzt brauch ich Mutatio und Tempus. Ähm. Ich glaub Tempus ist auf. So. 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 Knäthawarzen oder Mosdowund. Okay. Mosdowund ist cool. Redstone Repeater, Rittenbook, Nether Quartz Ohr. Ich glaube wir haben Nether Quartz Ohr oder? Keine Ahnung. Es ist kein Nether Quartz Ohr. Es sei denn, dass da oben geht als Tempos. Nee, geht das nicht. Das ist wirklich purer, Nether Quartz. Der bringt mir leider nicht viel. Oh, da ist was drin. Was wollte ich? Ja, Mossi. Was ist auch dafür? Wenn ich mal so sauf, hier muss sie irgendwo liegen lassen. Wer? Du? Nee, generell. Ich meine, wir hatten nochmal so ein Tempel Ding da. Ja, den Tempel, den habe ich sogar noch markiert. Gibt es denn, dass ich da gleich für diese Massi-Karis, der uns hier muss. Moment, ich sag dir sofort die Koordinaten. Und ich darf Clocks bauen. Ja. Ähm, pum, 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 pum. Nee. Der Tempel, falls du dir die Koordinaten eben schreiben willst. Ja. Okay, ich unterbreche da mal ganz kurz die Aufnahme, weil bei Blacky die Aufnahme gecrashed ist. Bis gleich. Da sind wir wieder. Jawoll. Und ich habe hier Tempel. Mein Tempel. Können wir uns gerade ins Bett hier? Ich muss da nämlich direkt... Ja. Ja, warte mal, ich muss hier nochmal. Ganz kurz. Jetzt. Ähm. Ich bin noch am Weg. Und ich darf mein Jetpack, glaube ich, vorher aufladen. Und dann werde ich mal gucken, was ich noch... Wie gut da ich einen Balkon angebracht habe, ne? Ja, warte mal. Das ist ja praktisch als Landeplatz. Ich bin da ganz kurz überlegen, ob ich unten Pensters hinzubauere, nur damit man da auf landen kann. Tadam. So. Achso, für die, die sich jetzt bei mir fragen, was ich da überhaupt fabriziere, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich baue jetzt da unten in dieser Höhle die Query auf mit den Watermills in Kombination, weil das ist permanenter Strom und es dauert zwar seine Zeit, aber es wird schon klappen. Und ähm... Jetpack hat noch ein bisschen Glück. Ich kann noch... Ich muss aber doch nochmal an die Workbench. Nee. Hui. Wie gut denn man kann... Ja. Keine Leitern mehr. Nix mehr. Hauptsache, solange man zumindest Saft auf dem Ding hat. Richtig. Und deswegen sind ja noch zum Glück überall Leitern und so weiter angebracht. Außer an so Stellen, wo man nachher überhaupt nicht mehr hin muss. Übrigens, Leute, mir ist gerade aufgefallen, ich habe wieder Musik. Haha. Ja, jetzt nach der Restart. Das hat natürlich auch Vorteile. Ich lade meinen mal wieder auf. Währenddessen ich hier gerade eher an die Workbench muss. Ja, aber so praktisch, oder? Ja. Jetzt habe ich vergessen, mir einen Homepunkt zu setzen. Kann ich dir nachher geben. Nicht wundern, ich mache mir... Ich habe ja jetzt genug Diamanten gefunden. Jetzt kann ich mir auch ein paar Glasfaserleitungen machen. Dadurch habe ich dann weniger Energieverlust mit den Watermills. Ja, vor allem bei den Watermills ist es halt relativ wichtig, weil da verlierst du generell schon viel. Ja. Und außerdem können wir die ja nachher immer noch, wenn wir nachher irgendwann bessere haben, also bessere Energieoptionen, können wir da dann auch die Glasfaser benutzen. Das ist ja nicht so, als wenn du sie verschwenden würdest. Eben. Ich werde jetzt mal einfach ein paar Stacks, je nachdem wie viel ich kriege, von dem Cobblestone hier mitnehmen, von dem Mosse. Was wir eventuell mal gucken können nachher noch, ist nach einer Village und dann nach gucken, ob da ein Schmied ist für die Tinkerei. Weil da gibt es einen Hammer, der baut direkt neun Felder ab oder so. Genau wie es die Schaufel gibt, die schon direkt so viel abbaut, aber die gibt es in der Magie, glaube ich. Ach ja, ist das herrlich. Schön Cobblestone fahren. So, bum bum bum. Hey, liegt nach Redstone rum. Haben wir hier was vergessen? Ne, haben wir nicht. Ich baue mich mal hier quer durch. Zack. Oh, da wollte ich dran. Ich bin ganz zu langweilig. Zack, zack. So, tum tum tum. Ne, das reicht noch nicht an Höhe. Da muss ich höher. So, und raus. Ich müsste nur K. So, und jetzt. Ähm, Moment, ich sag das nicht. Ich suche jetzt sofort die Koordinaten. Ich hab die auch noch mit, oder nicht? Waypoints Home ist 516. 516? Und 86. 86. Meine Waypoints, wenn ihr wieder geschwunden habt. Entschuldigung. Entschuldigung. Asdf. Asdf. Beziehungsweise, das ist jetzt da, wo die... Achso, ne, das ist ja richtige Homepoint, den ich mir gesetzt hatte. Stimmt. Nein. Nein. Mein Gott, der...